Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es mal nicht um GTA gehen. Ihr habt es bestimmt schon am Titel erkannt. In diesem Video soll es mal um die monatlichen Spiele von Playstation Plus für den Monat Mai gehen. Ich würde sagen, bleibt am besten wirklich bis zum Ende des Videos dabei, wenn ihr rund um die Playstation Plus Spiele für den Monat Mai nichts verpassen wollt. Und zwar kennt ihr das ja wahrscheinlich, wenn oder die Spieler, die eine Playstation haben, man braucht ja immer dieses Playstation Plus Abo, um online zu spielen. Und da gibt es ja jeden Monat monatliche Spiele. Und da gibt es ja jetzt auch schon drei verschiedene Abo-Modelle. Vorher gab es ja nur das normale Playstation Plus. Jetzt gibt es halt dieses ganz normale, dann das Extra und Premium. Ich habe jetzt hier nur das normale und ich glaube, die monatlichen Spiele sind auch bei allen Abos gleich. Nur bei manchen hat man dann noch so einen Spielkatalog und da kann man dann halt noch andere Spiele testen. Oder auch die Vollversion. Ich weiß gar nicht, wie das ist, da ich halt immer nur das normale Playstation Plus hatte. Und ich jetzt auch, glaube ich, keinen wirklichen Grund gesehen habe, da ein Upgrade durchzuführen. Weil es wird halt alles immer teurer. Diese ganzen Abo-Modelle gibt es ja in GTA jetzt auch schon von Voxer Games, dieses GTA Plus. Also da hört es auch irgendwie nicht mehr auf. Das wird immer mehr. Finde ich halt schade, dass man einfach für jeden irgendwie extra Sachen, extra ein Abo braucht, wo man noch irgendwas bezahlen muss. Na gut, ist halt so. Und zwar gibt es ja hier diese monatlichen Spiele, die ja jeden Monat anders sind. Und in diesem Mai sind es gleich vier Spiele. Ich weiß gar nicht, ob es immer vier Spiele sind. Ich glaube manchmal auch nur drei. So, das erste ist hier Destiny 2 Leitfall. Ich habe jetzt Destiny noch nie so gezockt. Ich glaube einmal ein bisschen. Von da auf her kann ich da jetzt leider nicht so viel sagen. Es ist, glaube ich, so ein Action-Shooter. Aber worum es jetzt in dem Spiel genau geht, kann ich euch nicht sagen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ähm, ich werde auch versuchen, in den nächsten Videos mich dann vorab noch mal ein bisschen genauer zu informieren über die Spiele. Welche sich lohnen und welche nicht. So, das zweite ist jetzt Tunic. Ähm, das ist jetzt so ein, ja, animiertes Action-Open-World. Ähm, glaube ich jetzt zumindest. So sieht es aus. So genau, wie gesagt, kann ich euch das leider auch nicht sagen. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie, ähm, gegen Monster kämpfen. Und können da die Welt erkunden. Hört sich auf jeden Fall ganz cool an. Sieht eigentlich auch ganz, ähm, witzig aus. Ähm, vielleicht werde ich das auch mal anzocken. Ähm, wenn jemand genauer weiß, was man da so machen muss, könnt ihr das ja auch mal in die Kommentare schreiben. Aber eigentlich soll es in diesem Video immer nur dazu, oder will ich euch einfach nur zeigen, welche Spiele es so gibt. Ähm, oft vergesse ich das auch, die Spiele runterzuladen. Aber vielleicht mit diesem Video vergesst ihr es auf jeden Fall nicht. Und ich auch nicht, weil ich dann halt das Video mache. So, dann gibt es jetzt noch hier Ghostrunner 2. Das ist echt ein ganz cooles Spiel. Da habe ich, ähm, den ersten Teil ein bisschen gezockt. Das ist mega schwer, ähm, ich glaube das auch so, dass man da nach einem, ähm, Shot, also wenn ihr einmal abgeschossen werdet, gleich tot seid. Ähm, das ist halt so ein Ego-Sclasher, wo ihr halt, äh, ja, mit so einem Samurai-Schwert oder was das ist, ähm, halt kämpft. Das ist ein mega cooles Spiel, ist aber auch echt schwer. Also da habe ich echt manchmal stundenlang verbracht. So, dann, ähm, hier das letzte Spiel ist jetzt FC24. Halt, ähm, ja, FIFA nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, ja, bin ich jetzt auch gar nicht so auf den Laufenden. Also, habe ich auch nie gezockt. Ist auf jeden Fall, ja, so ein Fußballspiel kennt, glaube ich, jeder. Ähm, ja, das waren dann auch schon die Playstation-Plus-Spiele. Also, am besten, oder ich würde euch empfehlen, beziehungsweise das kenne ich, Ghostbunner 2, das lohnt sich. Also der erste Teil, der war richtig geil. Und, ähm, ja, der zweite wird auch einfach gut sein. Äh, vielleicht werde ich es dann mal anzocken. Auf jeden Fall, ja, wisst ihr jetzt, äh, was es hier für Playstation-Plus-Spiele für den Mai gibt. Ähm, im nächsten Monat kommt dann direkt das nächste Video. Ich werde das versuchen, ein bisschen früher zu machen, weil ich glaube, jetzt, ähm, gibt's, die Spiele schon seit einer Woche. Ich glaube, die kommen immer den ersten Mittwoch raus. Wenn ich, äh, mich jetzt nicht täusche, ähm, ja, dann würde ich sagen, schreibt mal eure Meinungen dazu in die Kommentare. Ob ich das weiterhin machen soll, oder ob ihr sagt, ähm, das kann man selber gucken, ähm, ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber auf jeden Fall, äh, wird sich's hauptsächlich auf meinen Kanal um GTA 6, äh, um GTA gehen. Aber ich hab mal gedacht, ich mach mal andere Videos, ähm, da, ja, von GTA 6 gibt's jetzt gerade ja nicht so viel zu berichten. Und in GTA 5 kommt ja, denke ich, bald das Sommer-Update. Aber bis dahin, ähm, dachte ich mir, mach ich mal ein bisschen anderen Content. Ist, denke ich, auch mal ganz abwechslungsreich. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja mal eure Meinungen dazu in den Kommentaren schreiben. Und dann würde ich mir nochmal ein Like freuen. Und, ja, wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA und PlayStation Plus verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Und dann bin ich auch mal wieder raus. Ciao, Leute.